ich glaube ich stehe im wald halle leitz heute sind wir um neustadt unterwegs und zwar in richtung soldatenweihe dann habe ich mir tatsächlich noch nicht angeguckt kann es ja nicht sein und muss genau und zwar ist das naturschutzgebiet da verlinke ich euch auch noch ein bisschen was dazu weil das ist schon interessant und da gibt es unter anderem auch ein alter schießstand ein ziemlich großes sogar und das gehen wir uns jetzt mal angucken viel spaß freunde so 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.